aktuelle spieler void und tits dann bin ich ja mal gespannt was du so gebaut hast jetzt musst du mir das erst mal zeigen ist meine tür auf weil bluten und alle zwei tage machen die zombies blöden säcke grün beigetreten wir können bestimmt überall hinfahren wir können sind teleportieren ist ja noch geil was schlägst du vor womit fangen also in die nervigste arena gehen das ist die beim dschungel ja bitte die ist für planterer und die könig die olibisch ok kennst du hast aber schon einiges gemacht er legt mich am orsch so nervig zu bauen was man vielleicht an den grünen grünen habe ich gesagt i didn't listen of course did not jetzt sehe ich dich hier die ganze zeit fledermäuse schleime skelette alles und alles obwohl hier einfach licht ist ja so crank er wird trotzdem die wand fehlt genau wenn du eine wand im hintergrund hast dann spawnt nichts mehr ja weil es dann als haus zählt aber ich glaube genau wie auch keine bosse mehr folgen alter ja 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 und selbst wenn dann müsste ich die ganze scheiße erst mal ausfüllen und jetzt okay okay ja nur all habe ich in der wüste den golfer gefunden und mit dem konnte ich ozean ein teleport hinstellen okay endlich oben angekommen also am ozean naja ja ja dann kann man hier gucken wir uns das noch mal zu den gleisen das geile laterne rakete ja die habe ich beim skelett händler gekauft die zeigt erzten ernähren okay cool wir spawnen der spawnd in höhlen manchmal ich weiß nicht genau was ein spontan ist what why you faster ich habe ich habe noch ein bienen kart in meinem lager das kannst du haben alles cool hier war ich noch nie was darunter ja naja da kommt auch gleich ein seil aber ja bis ich mal gebremst habe okay so get down ab das seil das freund das working out ich habe in den höhlen übrigens ganz viele items gefunden ja offensichtlich so viele herzlaternen hier hingestellt hast du ich kann über wasser laufen jetzt und so geil ja gut ich kann nichts aber das ist ja nichts neues ich habe einen zauberer item habe ich gefunden ich habe eine ausrüstung ein bisschen optimiert und ich habe einen coolen hut gekauft ja looking gut hier drüben ist ein haus damit wir sitzen können das meteor aus ja weil alle zwei scheiße meteorit eingeschlagen ist okay das sieht aber mal aus im ich habe bei der way in der zeit fünf platin gefahrt oh mein gott bei krank ich aktiv sondern einfach nur weil so viele gegner und ich alle töten musste weil das kannst so zu sagen genau weil ich kann okay ja gut das ist die frage worte du hast noch was gebaut also ich habe halt mein lager aus gearbeitet und ein haus für den händler gebaut und ich habe die flashwall dings ein bisschen weitergemacht auf dem alter ok dezent bienenlohre cool händler haussehen muss bienenlohre ausrüstbar ausrüstbar das ist das in den berg da also das ist nicht von mir ich habe das nicht angefasst ok ups ich bin mal hochgerannt weil ich es kann anfangen würde ich mit der bienenkönigin weil dann kriegen wir noch einen bewohner den wir brauchen den kann ich dann dschungel packen statt dem guide naja da ist es ja ja dann lass uns das doch tun die bienenkönigin ich brauche nur noch ein bisschen munition außerdem kann ich dann ziel suchende money bauen nein immer nein warum nicht das sind immer noch die chlorophyt kugeln die es erstmal gibt ach shish ok cool egal wo ist wo ist eigentlich der händler bobby wo sein welcher naja der kugeln der händler der sind immer noch in der wüste nein nimm doch den pylon ja muss ich ja wohl du kannst doch hinlaufen oder die schien strecke nehmen unbedingt Ah, der Wüstenbobby. Das ist der Wüstenpylon, ja, okay. Anikana, Papp. Kackneup, nee. Wo ist der andere? Was ist der andere? Links. Ah, links. Geschäft. Au, au, what the fuck, ich wollte nur einkaufen. You serious? Ah, Hörnchen. Gotta buy everything. Every single thing? Every single thing. Jees. 999, okay. Bang, alles klar, can do. So, now I'm ready. Für, was hast du gesagt? Hähne rum. Dschung, dschunglel. Aber ich mein komplettes Set an. Jawohl, awesome. Du, 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 du. Wee. Wee. Yay. Moment. Du weißt aber, wo die ist, ja? Ich kann die hier spawnen. Ah, das ist ja noch besser. Ich mein, ich könnte es auch als Server, aber... Ich hab das Item dafür. Ja, okay. Ja, cool, dann. Ja, can do, can do. Ich bin gespannt, was da geht. Au, okay, alles klar. Wow. Okay. MC Eskalation und so. Scheiß Bobbys, ey. Oh, die lieb mich, ey. Was in, bish? The fuck? Oh, no. Wo ist eigentlich ihr Unterleib hin? Weg. It's gone. Oh. Du, dein Terror freu ich mich ja schon ganz besonders. Der Skelettenle ist hier gespawnt. Nice. Ah. Ah. Fish. Wow. Hey, Yusuto, hello. Dein Haus steht hier noch in Terraria, by the way. Au, au, au. Boah, leck. Au. Fish. Die. I'm dead. Nein. Ah, gefetzt, Alter. Komm, komm, komm. 27 Sekunden, super. Und Oli, gudel, by the way. Also, Yusuto, dein Haus steht hier auf jeden Fall. Ah, komm schon, respawn, Alter. Machst du es? Ja, jetzt kann ich mehr. Oh, come on. Deine Alter, was, was, was zum Arsch? Ah, okay. Ah, cool. Dead. Die spawnt die jetzt? Ne, ne? Ich glaube, sie kommt zu dir. Ich weiß es nicht. Oh, das ist ja richtig great. Bist du schon im Dschungelbiom, oder pimmelst du da bei dir zu Hause rum? Ich pimmel noch zu Hause rum. Dann wirst du jetzt gleich sehr viel Spaß haben. Ja, da kommt sie, ich sehe es. Ja, dann gehe ich wieder in den Dschungel. Besiege die Bedrohung. Ja, lecker, wir können nicht mal mehr dann teleportieren. Oh, fuck. Kommt echt, lol. Lass aufs Dach gehen, oben ist eine Arena. Ja, ja, okay, Argument. Die braucht halt noch eine Weile, ne? Oh, und auch nicht. Okay. Blackfish. Au, 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 what the heck? Alter. Ich sag doch, der geht auch fast bis zum Mysticomode. Alter, die geht auch fast bis zum Mysticomode. Die, piece of shit. Wuh, got it, got it. Uah, leck. Wie ist die denn drauf? Ja, krass. Okay, ich habe hier einen Schatzbeutel. Neh mal auf. Okay. Bang. Oh, Bienenzüchter, überlegen. So, dann können wir Dschungeltyp auch noch spawnen. Ich gehe mal die Grabsteine wegmachen. Mach mal. Was ist alles hier? Bienenstockstab. Die dort meistens Müll, ich wollte die jetzt halt nur weg haben, damit wir den NPC kriegen. Okay. Bienenstockstab. Ja, Mann, Bienenhut. Awesomeness. Was, A, B, B, der Medizinmann ist angekommen. Wo ist Abibi? Abibi. Wo Medizinmann, ey. Roxanne, die alte. Hä? Wo Medizinmann? Leck mich am Bursch. Links. Aber ich habe ihn in den Dschungel transportiert. Das heißt, er dürfte bald dies waren und meist fahren. Wow. Das war übelst fies. Gibt es hier eigentlich, gab es jetzt hier was? Bienenwabe abwehren. Vieh abwehren. Gab es hier keine Statue? Habe ich platziert. Wo? Oben bei mir. Ah. Da musst du doch gleich mal reinlunsen. Alter Escalation. So, okay. Und dann, what next? Ah. What's the next? Skeletron. Okay, das ist ja gleich so weit quasi. Das ist richtig. Lass den Kerl im Dschungel platziert. Da musst du erst mal reinlunsen. Hey. Noch also beim Händler. Nicht Schumdschungel teleportieren. Einfach nach links laufen. Nach links? Nach links. Beim Händler. Beim normalen Händler. Normaler Händler. Ja, habe ich doch gezeigt. Da hinten. Der Sack. Soweit. Oh, da ist er. A B B. A B B. A B B. Entschuldigung. Die Schäfte. Zu normalen Händler. Die Spielen Tic-Tac-Toe, die Honks. Sheik. The hell? Howard. Abby. Geil. Eilen. Mit Happy End. Awesome. ok daniel wurde getötet holy smokes stand doch da sieben uhr nachmittag das heißt wir können demnächst dahinter ne feiten gegen skelle jetzt schon da hin aber ich würde vorher ein paar tränke geben ja tun sie dies brauchst du heiltränke oder heiltränke habe ich ein paar genau das habe ich auch gedacht ist ja nicht so als wäre das in irgendeiner form geschützt in dem in dem schießen ich kann nicht auf alles zugreifen oder ja klar danke du hast euch noch drank weil du kriegst noch was ja tschuldigung aber das habe ich mir eben schon gedacht ich wollte nur eine zinge ich glaube das war alles du in der nähe gefunden well thanks game so dann gehen wir jetzt bis zum meer und fahrten zurück ok jetzt aber du die du die du ich glaube an juzutos budge steht da noch juzuto dran da stehen ganz viele grabsteine mit seinem namen auch das ja ich bin jetzt auch eine biene ich bin eine gute wundert mich dass ich glaube nicht das vor den spawn point bevor du jetzt irgendwas macht sitzen ja ja ist ja gut die idee ist ja gut die idee i guess sonst eskaliert das viel nämlich auch noch wo bett ob der fahrung das sind betten sparen point gesetzt ok dann ziehe ich mir jetzt gerade mal noch ein paar tranks rein eisenhaut und wiederherstellung aber zuerst ist alles da eigentlich hier so ich habe jetzt die tränke rein beschwören ja tun vielleicht solltest du ihm beschwören dass ihr besser rüstung weil er hielt mich ja einmal ok waffe alles klar cool ready ich bin doch dabei ich komme doch gerade nicht an ihm vorbei guck mal der bummst mich ja ok alles klar got it karl glaubst du lässt mich mal in ruhe ich glaube nicht wieso shit war 30 sekunden kam schon wie spawn die grabsteine die lassen wir auch einfach da liegen solange keine geister respawn ist mir das egal gut dass ich mir vorher die tränke reingezogen habe sauber ist er esso bin ich froh aber wenn er wenn die hände weg sind eskaliert er doch noch mehr oder ja aber dann ist er einfacher zu deuten weil die respawn ja auch die hände nicht sicher nein es sei denn du hast immer drei jahre gebraucht um mich zu besiegen weil das habe ich ja eigentlich nicht oh nein das druid fällt ich freue mich ja richtig gutes timing außen auch noch aha dir ist ja egal dass er jetzt abschlitzt aber trotzdem scheiße eyy ich muss mal wieder weg machen got him so wo ist er oh ein meteorist ist gelandet unerwartet sowas verrück hand verrück das ist immer noch da ach stimmt er schießt in den expert mode und hat mir diese dinge ja das nervt halt ein bisschen wenn er mich verfolgt kann ich halt diese dinge platzieren gut ich habe keinen einfluss darauf wen er jetzt gerade verfolgt ne oh mich alles klar bye ja trotzdem mal nach regenerieren was typ ja schön war geil er hat mich zweimal getroffen das war genug ja es geht aber ist gar nicht so schwer ich hätte jetzt gedacht der wäre schwerer unterwegs ja dank meiner tollen arena ja die geht voll ab ja die geht voll ab das stimmt noch einfacher wäre es gewesen wenn ich auch so ein slime mount hätte aber dann könnte ich auf seinen kopf umspringen dead jank skelepron wurde besiegt skelepron maske knochenhandschuhe look at this look at this look at this hey the cool book the cool one the cool one is a good book look at that shit so jetzt können wir da unten rein ne äh ja lass vorher soll ich das skelepron dings bei wollen wir das bei dir hinpacken oder hier oder was ne hier ne ich auf keinsten wenn du es nicht haben willst schmeiß es rüber ich brauche eh noch du wohn hast du den wurm ich schon äh ne mit dem wurm die bine die bine die bine die steht bei mir auf den dings rum ja ja ich muss sowieso aber ich muss erst erweitern muss jetzt muss ich muss es nicht von dir klauen können wir nochmal machen wollen wir da rein oder was wollen wir noch zuerst machen ja lass da rein gehen also ich brauche aus dem dungeon die mechanikerin ich brauche shotgun die mechanikerin hä ich hab noch shotgun ne die taktische hier ach so make it wow die starb tschüss wow Kiste ich brauch den Schatten bisschen aus einer von den goldenen Kisten da ist der drinnen jo klar und der drang hier ne fang schwacher man hat rank ja gut ich kann das gar nicht abholen geh mal weg ja bin schon weg ja ah endlich jetzt dynamit ist gefährlich muss man bald weg bleiben weit weg ja so weit wie der explosion 2 ist es halt der scheint mir nicht so groß vertraue mir das macht 200 schaden ich habe es auf die harte Tour gelernt puff puff ich habe ja teilweise ganze Minen und sowas ausgelegt ich habe ja ich brauche ja Materialien für Zeug so jetzt können wir da ja Jusudo du kannst auch gerne hier rin kommen haha oh ich weiß nicht wie viel ja auch 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 noch sind wir nicht im harten ja nein er ist ja sowieso jetzt erstmal acen puff jaaa look at dis look at dis jetzt ist der Mechanikerin Venezi her Gaila aus der Teleport mechanische Linse mechanische Linse ach wie viel mechanischen Bossel holy smokes und du gehst jetzt einfach nice ich komme gleich wieder ok ich pflanze sie jetzt in ihr natürliches Habitat ist hier nicht auch ein Bösschen das ist doch auch irgendwo ein Boss huh hä nein da drin ist kein Boss mehr sicher dass das nicht hier diese ah ne das war im Dschungel ne diese Golem das ist ein Miniboss ich dachte du hast das ich dachte du hast über 200 Folgen hab ich hab das auch aber ich weiß nicht mehr wo das war hallo das ist schon ewig her stupid pieces of shit wow hier spawnen einfach mal alles ah und wir kriegen jetzt auch den Stoffmann ja Soffmann wer ist das Soffmann das ist der der die Kleidung so verkauft so soffmann boop nom aand he happy now he happy now me not happy now me dead soon nix sterben Warum nicht? Weil ich mich zu dir teleportieren kann. Ja, noch. Oh, 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 okay. Ich bin mit der Ingefalle. Auch gut. Alter. Du kriegst gerade ein bisschen besorgt. Ein bisschen. Okay, gut. Enough. Alter, ich bin tot. Äh. Fuck. Das grüne Erz ist erst im Hard Mode. Verdammt. Fuck, indeed. Ah, was? Wo kommst du denn her? Wisch. Ah, Schlüsselolz. Wenigstens habe ich Schlüsselolz. Mioink. Mioink. Alter. What? Ja, ich reforge gerade das, damit ich, danke, den Perk bekomme, den ich darauf haben möchte. Und ich habe zweimal dran vorbeigeklickt. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. So, warte. Dann packe ich das eben weg. Das ist da rein. Das ist da rein. Kisten. Kisten kann ich hier platzieren. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Äh, weg. Weg. Eine Kiste. Cyril, der Schneider. Das ist der Schneider. Und wup. Wup. Hallo. Die Bücherregale, ne? Das ist irgendwo irgendein Buch, ist hier, dass ich, das ist in manchem Buch. Ich weiß nicht ganz genau, wenn du das findest, auch Bescheid. Gut, du. Kobalt Schild, okay. Jetzt ist das noch ein Bus. Worn open, habe ich irgendetwas mehr. Ich habe keine Kui mehr. und diese wasserkerzen die blauen immer abbauen die erbauen rote da ist ein buch so ein altar ist da keine ahnung ich bin noch nicht dort altar auf dem links der romeo ist angekommen das macht nur dass wir mehr leute beschwören können auch nicht so das kann man eigentlich mitnehmen kann man denn jetzt dahin da hell ist das war ja kack ernst jungs man ist ja alles brüchig es nervt ja mal überhaupt nicht die wasserkerzen brauchen wir um nachher bürmer zu fahren und dann können wir allgemein überall benutzen zu fahren ich meine hier drin gibt es ja auch sachen mit niedriger drop chance die man braucht zum beispiel dieses scope wenn du auf fernkampf gehst bräuchtest du das wird selten gebrobt ich hab jetzt tot wie gesagt ich brauche nur die taktische schrotflinde gibt sie überhaupt jetzt schon ziemlich haben ja bin ich mir nicht sicher um ehrlich zu sein ich würde nachgucken ist hier gerade eine prekäre situation meinst du also gefühlt ja schott gun schott gun schott gun schott gun schott gun schott gun ist er hat mit weppen du lagst was hartmut weapon ja ja gibt es noch nicht wird gedroppt vom taktischen skelett und das und er ist im hauptmund alles klar egal schott gun wir müssen trotzdem ja alles bluten naja klar ist ein zeug hier ist noch ein schwert körtvoll muramasa da was kann das ist eins von den schwertern das man glaube ich für ding es braucht naja ja ja du hast recht für die terra blade beziehungsweise für das zenith ist es ja jetzt auch würdiger schwert aha ins fressier gewicht ist geil aber hallo richtig geil ich habe so ein feuerring gefunden cool wusch wusch wierde macht wusch dieses buch ist so geil endlich mache ich schaden stop lull buch oder ah nein ich weiß welches du meinst das totenkopf buch und das ist auch noch ziel suchen das ist voll gut das stimmt ich muss keine skillshots mehr treffen alter wird nein ich rede mit alten mehr schlüssel olz bitte ja bitte man kann ja nicht das buch sein dass ich suche ich weiß nicht ob das besser setz what the fuck was dead du bist ein gift gestorben ich habe ein item gegen gift zu hause konntet das gegen mittel nicht finden okay schade no more tits ich habe auch was habe ich noch über ein ziehzeug ich habe ein helf der fernkampf schaden erhöht hallo gemarkt super kam ich nicht zu dir teleport ihr habt dabei need more stuff blocks gerade einfach skelette des bond Vielleicht hatten die einfach keinen Bock mehr. Das...ja. Sieht so aus, he? Ah ne, die sind in die Falle gefallen, ja. Mehr Wasserkerzen, bitte. Give me the magic book. Magic book. Euer will get angry and will kill all of your minions. Minions. Die Skelett-Bobbys. Skelett-Bobbys, okay. Come, give me all of them keys. Oh, Mann, das ist Ruhe, Alter. Oh, ein Schlüssel. Viel dazu. Aua. Abschloch. Er kann durch Wände schießen, voll OP. Ich nicht. Das ist voll nicht OP. Hallo. Oh, scheiße. Okay, komm. Alter, wie viele von diesen Biomkisten sollen hier bitte sein? Alle. Hey, keine Ahnung. Ja, es sind nur zwei. Normalerweise gibt es nur eine oder so, wenn man Glück hat. Tja. Tja. Okay. Ja. Aber da ist halt auch echt cooles Zeug drin manchmal. Kannst du es abbauen? Nein, schade. Au, au. Schock. Ja. 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 Ich habe ein Schädel. Okay. Endlich. Oder so. Ja, damit kann ich die Truhen in der Hölle öffnen. Und da ist ein Zauberstab drin. Der Beste, den ich kriegen kann. Ich bin tot. Again. Alter, gibt es das denn eigentlich noch hier? Ich dreh ab. Fies. Alter. Ja. Jawoll. Der Nagelball hat mich genagelt. Hm. Hm. Der Sack. Jetzt haben wir doch eigentlich schon mal recht guten Progress gemacht. Ich habe eine Pistole gefunden. Mhm. Äh. 20 Fernkampfschaden. Hm. Aber langsam wahrscheinlich. Tech Speed. Very fast. Very fast. Hm. 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 Maybe good. I don't know. Uh. Uh. Hat noch keinen Modifier. Also ist eine normale. Kannst du halt dann machen, dass sie mehr Schaden machen oder so. Oder so. Genau. Schneller wäre geil. Noch schneller. Wahnsinnig schnell bitte. Weiß ich nicht, ob es den Modifier gibt. Müsstest du halt gucken. Ich habe halt durchgehend nebenbei das Terraria Wiki offen, ne? Ja, ich nicht. Ich habe das Stream offen. Okay. Ja, das ist natürlich hilfreich. Was brauche ich denn, um die Mini-Heize und Maxi-Heize zu machen? Du brauchst es verlassen. Du brauchst, glaube ich, die Mini-Heize. Seelen von einem von den mechanischen Bossen. Ja, okay. Und du brauchst illegale Waffenteile. Illegal. Soweit ich weiß. Ja, ja. Das ist schon richtig, glaube ich. Sehr sicher. Ah, wo drehst du dich denn hin, ne olle? Olle Pisch? Ich kann die Dungeon-Materialien abbauen, weißt du? Ich wusste nicht, dass das mit der geschmolzenen Spitzecke schon ging. Äh. Ich habe die gar nicht. Au! Du hast die geschmolzenen Spitzecke nicht? Ne. Alter, warum greifst du denn nicht an? What is happening? What? Ne, ich habe die Emoten-Pick-Axe nicht und das hat sich hier komplett gelohnt für mich. Wirklich. Ich muss dir helfen. Ich muss sowieso gleich mal raus. Meine Metall ist fast voll. Ah, great. Wow. So, ich komme gleich, warte. Ich packe nur den Zeug weg. Und dann? Ja, dann komme ich zu dir. Ja. Bring mir aber nichts mehr. Ich gehe jetzt nicht mehr rein. Okay. Bring mir mal einen Blasen da drin. Äh. Soll ich dir die Pistole geben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Klopp sie irgendwo hin. Klopp sie dir in dein Haus. Ins Haus. Wegen mir. Und den Helm auch. Alright, alright, alright. Lass uns so ein Zorn wieder im Haus und die Tür ist offen. Na, so ne Überraschung. Ist immer offen irgendwie, ich weiß ja auch nicht, ey. Vielleicht vergisst du einfach sie zuzumachen? Ne. Das geht automatisch eigentlich. Ja, aber nur, wenn sie vorher auch zu war. Ja, klar. Wenn du automatische Türen an hast. Oh, ich habe die nervigste Waffe der Welt. Goyle. Äh. Hä? Alter. Der Kleidertyp ist in unser Haus eingezogen, was ich für Dings... Hast du ihm das erlaubt? Nö. Ich lass den jetzt umziehen. Nö, ich schlau. So, dann fack ich die noch weg. Das kann weg. Übrigens ist, als ich alleine gespielt habe, dreimal der fucking Schleimkönig gespawned. Geil. Der blöde Penner. Äh. Und er hat mir nicht einmal seinen Mount gegeben. Ich bin sauer auf ihn ein bisschen. Äh, zurecht. Und dann habe ich mir aus Frust von dem Geld, das ich von ihm bekommen habe, ein Pferd gekauft. Okay. Ja, so läuft das. Ja, so läuft das. Logisch. Logisch. Ja. 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 Äh. 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 Aufs Licht, hä? Aufs Licht? Nee. Alles cool. Machst du eine zweite Etage oder baust du einfach in die Richtung? Ich baue runter. Ja, ich mache eine zweite Etage jetzt. Wir können sonst auch die Verderbnis rechts von dir wegmachen, dann kannst du da auch ausbauen. Boah. Muss ich. Ich glaube nicht, oder? Nee. Nicht zwingend. Kannst du halt auch einfach weiter runter bauen. Es wird eh einfacher, wenn wir später den Biom-Dings da haben. Biom. Der die Biome umformt. Biom-Bobby. Diese Rute ist so geil. Das ist die beste magische Waffe. Wo gibt's? Ja. Äh. So. Der ist happy mit seinem Leben hier drüben. Schön für ihn an der Stelle. Auf jeden. Was verkauft er? Dieses normale Zeug halt. Äh. Du. Hi. Hilfe. Mir. Ich möchte wissen. Hilfe mir. Hilfe mir. Bitte. Danke. Bitte helfen Sie. Bitte helfen Sie. Ja. Einfach. Ja. Und ich habe ca. 200 Ständen umgesammelt. Soll ich dir die Trophäe von der Bienenkönigin geben? Wenn du magst. Ich muss erst mal hier runterbilden. Jan, hello. Ah, Inventar voll. Ein Sing Sing Sing. Die Cliver. Die 6 Cliver, wow. Ich hab ja nur 2000. Ja, das war natürlich jetzt einiges wert. Ich weiß nicht, wie viel ich hab. Die kann man auch. Tja, big set. Wie viel Liebe hab ich? Ja, 2000. 2000. Hä, ja, was denn? Nächstes Problem. Nee. Hast du mitbekommen, dass du jetzt zum Goblin dich telefonieren kannst? Zum Goblin? Ja. Ist gut. Hab ich nicht mitbekommen, by the way. Okay. Kurz erklären kann ich dir das sowieso schon mal gar nicht. Was machen wir denn als nächstes überhaupt? Äh, also ich würde jetzt noch ein bisschen den Dungeon farmen. Okay. Und dann können wir die Wall of Flesh meinetwegen angehen. Oh, yeah. Wall of Dicks. Ich freu mich. Okay. Ja, farm du mal noch ein bisschen. Ich baue mal hier noch ein bisschen. Oh. Fuck. Das wird stupid. Gut, gut. Ich hab' ziel so Raketen. Fickt euch alle. Yeah. Fuck you. Wow. Scheiße. Ich hab' direkt die nächste Waffe gefunden, die gut ist. Ich hab' gar kein Geld, ich kann die noch nicht umfahren. Ich hab' gar kein Geld. Ich hab' gar kein Geld. Das ist aber echt ne harte Nummer. Oh. Das ist auch ne harte Nummer. Warte mal. Äh. Da? Nein. Nicht so direkt. Oder ist es? Nee, es ist nicht. Eigentlich eher da hin. Es geht aber nicht. Ah. Feuerball, Junge. Ah, Feuerball, Junge. Okay. Moment. Ich setze erstmal mein Bett wieder hier auf meinem Haus. Klo steht. Hallo. Spawn Points setzen. Danke. Nicht reinlegen, Büsch. Ja, aber eigentlich kann... Ich glaube, ich sollte aber mal... noch ein bisschen wie... mir die Feuerpick Eggs holen. Das schon recht. Die Molten... Molten Dick Eggs. Die Dick Eggs. Dick Eggs. So. Das müsste stimmen. But me not sure. Äh. Verdächtiges Auge. Weg. Schattekugel kann bleiben. Kobold weg. Gemütliches Feuer kann bleiben, weil... das kann ich eh nicht weglegen. Aha. Jetzt sehe ich auch mal was. Ah. Ich habe Geld gehört. Das war wohl nicht von dir. Ja. Ne. Ich bin beim Goblin. Goblin. Boah. Ich habe so gute Waffen gerade. Boah. Boah. Wuuuh. Alter. Wie geil. Jeder? Ja. Also ich habe soweit ich weiß jetzt die besten Waffen, die ich haben kann. Soweit du weißt. Dreck. Blog. Was ist hier passiert? So. Irgendwie ich die Harfe wieder auspackst. Oh ja. Die kann ich noch nicht kaufen. Warte. Was ist Glück? Warte nur. Bis der Zauberer da ist. Nein. Dann geht es wieder los. Diling. Diling. Warte mal kurz. I'll be back. I'll be back. Na wunderbar. Hätte ich mal nichts gesagt. Das ist aber auch darauf angelegt. Yeah. Schon. Wieso das Haus, also in Anführungszeichen Haus steht mir irgendwie ein Weg. Wirst du das Haus steht ihr im Weg? Dann mach mal Blatt die Scheiße. LOL. Mach ich. Nein. Mir war auch ein Spaß. Noch nicht. Noch nicht. Genau. Da ist eh nicht so viel drin. Ich mache einen Screenshot und bau es genauso wie es war irgendwo anders wieder auf. Ja. Ich kann es aber auch kopieren. Stimmen. Stimmen. Das geht natürlich schneller. Hä? Hallo. Was machst du da in meinem Keller? Äh. Ich baue jetzt hier an den Keller ran. Siehst du? Jetzt ist hier meine Wand. Hang. Illegal. Hallo. Haben sie das abgesprochen mit den Eigentümern der Wohnung? Toxic. Guten. Ich weiß nicht. Äh. Muss ich? Soweit ich weiß muss ich das nicht. Arschling. Äh. Sobald ich meinen Keller ausbauen möchte muss ich ja nach unten gehen dann. Äh. Ja. Hallo. Du hast dich hier zu mir rüber gemacht. Das ist mein Eigentum. Du hast mein Land besetzt. Das war aber schon irgendwie seit... Stand my ground. Recht. Ich könnte dich erschießen. Das war seit drei Streams festgelegt, dass da der Keller hin soll. Die Rahmen wurden gezogen. Ja hier ist der Rahmen. Das Liebeschwerde eingereicht. Ja 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 ja. Ich weiß wo der Befriedungsstein ist und der ist nicht hier. Das Grundstück geht noch viel weiter nach da hinten eigentlich. Ja. Wo ist der Befriedungsstein? Ja du hast ihn wahrscheinlich gefetzt. Ihr war nie ein Stein. Ich schwöre. Grundstücksgrenze. Ich schwöre. Oh ja. Wuhu. Gib's mir. Beste Soundtrack zum Bauen. Warte ich will Autoklicker raus. Autoklicker ist so schnell für Terraria. Ähm. Ja. Eskaliert komplett. Oh man. Ja. Ja. Oh man. Eine der besten Alten, die in der 1.4 hinzugefügt wurden wenn du mich fragst. Auf jeden Fall, ey. Das geht. Das kann man von Anfang an bei dem Typen kaufen, das ist so geil. Auch das ist richtig gut. Dann crafte ich einen Rahmen und stelle ich die Scheiße in den Turm da rein. Machen wir. Außerdem, das Lager ist gemeinnützig. Das darfst du auch benutzen, wenn du nützt. Ist das so? Dann kann ich ja einen Durchbruch machen. Hohohohohohohoho. Nee, nein. Du musst im Takt bleiben, sonst verlierst du Rechte. Okay. Du darfst dich ja nicht bedienen. Du darfst dich ja nicht bedienen. Okay. Solange du eins von jeder Sorte drin lässt, damit das Auto sortieren weiterhin funktioniert. Eins von jeder Sorte. Ja, zum Beispiel in den Glibberkisten ist ein pinker Glibber drin und du darfst jeden pinken Glibber nehmen außer einen. Damit, wenn ich pinken Glibber finde, der sofort da reingelagert wird, wenn ich Quick-Stack-Tournever-Chests spamme. Schon klar, macht Sinn, würde ich genauso tun. Reicht das, ist die Frage der Fragen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, mein Grundstück endet da, wo der Feuerball schwebt. Feuerball, Junge! Feuerball, wow! Wo der schwebt vor allem, der ist voll am Ausrasten. Bei dir bewegt er sich viel schneller als bei mir. Ja? Okay. Bei mir macht er normal kreisförmige Bewegungen. Bei dir sieht das aus wie ein Auto, ja. Wo ist eigentlich mein fucking Lineal? Why is that? What is that? Wenn du dein normales Inventar aufhörst, kannst du links oben der dritte Kreis, kannst du das einschalten. Lineal 1. So, das ist nämlich Höhe 5 und hier ist Höhe 6. Ach, deine Mutter. Scheiße. Okay, da muss ich noch eine Schicht abtragen. Alles klar. Ich gehe dann mal Dungeon Raiden. Tschüss. Wolltest du ja auch. Ja, ich weiß. Aber ich war abgelenkt mit anderen Sachen. Ja, offensichtlich. Zum Beispiel dich nerven. Ist doch cool. Alles klar. Cool. Dann bis gleich und so. Wow, auch schön. Das Schicht. Dieses Charger muss ich ausmachen. Was ist das für ein Item, das mich hier chargen lässt? Bestimmt das Schild. Das Schild, wenn du Doppelklick in eine Richtung machst, also auf der Tastatur anhittest, dann machst du Wupp Wupp. Ja, jetzt nicht mehr. Deswegen benutze ich das auch nicht. Ja, ich habe es jetzt einfach in die Kosmetik reingelegt. Fertig. Lava in meinen Gang schütten. Was? Toxic? Nein. Morias Lava holen. Nein, 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 aus. Nicht lustig. Ja, die Lava macht doch nix. Nee, nee, klar. Also mir nix, weil ich kann drüber laufen. Ja, äh, schön. Wollt gerade sagen, ich auch, aber das stimmt gar nicht. Ah, ich habe jetzt auch nur eins von diesen Charms gefunden. Du brauchst Waterwalking Boots und diesen Lava Charm. Und dann Obsidian Skull. Dann kannst du es zu Lava Wanderers umcraften. Dann kannst du über Lava laufen. Cool. Gib mir, ich will alle Zauberbücher der Welt. Wo gibt's? Vielleicht komme ich ja gleich nochmal bei dir vorbei. Aber nur verleicht. Sag bescheiden, diskutiere ich dich, damit du nicht die ganze Zeit verreckst. Was? Lava bist du für ne Scheiße. Du bist dreimal gestorben, oder? Ja, Minimum. Ich habe aber auch nichts zum Casten, so. Du hast ne scheiße Waffe. Okay, 5. 1 frei. Dann wieder 5. Alles klar. Ne scheiße Waffe, ja. Das habe ich allerdings. Zum Ballern, weißt du? Da brauchst du nix, Carsten. Da musst du einfach peng, peng, peng. Peng, peng. In die Fresse. Bang, bang, bang. Kitchen Gun. 3, 4, 5. So, dann passen wir das jetzt erstmal an und dann müsste das ja eigentlich klar gehen. Korrekt. Korrekt. Du kannst dir auch, wenn du ein Items für Ausrüstung frei hast, kannst du dir bei dem Hexendoktor im Dschungel so dieses, der hat so ne, wie heißt das, der hat so ne Kette, die kannst du anlegen, dann kannst du ein Viech mehr beschwören. Nice. Slut. Ein Items Slut. Okay. So. Muss das eigentlich aussehen, aber irgendwie sieht das falsch aus. What is this? Haben Sie das abgeranzt aus? Ähm, so, dann haben wir noch die Biene-Statue. Ehm, Mioink. So. Looking, ja. Okay. Nicht gut. Einfach okay. Ähm, so. Wo wand? Hören Sie auf, mich anzugreifen. No can do. Never. Scheiße. Ja. 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 Ähm, warum sind die überall Statt? Was soll das? Richtig nervig. Fast so, als wollten die mich umbringen. Meinst du? Bin mir nicht sicher, ob die das wollen, aber das klingt plausibel. Mist, ich brauch mehr Marmor. Oh no. Äh, ich hab welchen. Ah, ich muss gerade mal gucken, was ich dafür überhaupt verbauen muss für glatte Marmor-Wand. Warte, wahrscheinlich glatten Marmor-Jaggern. Wo ist der Scheiß? Brauche ich doch wahrscheinlich nur die Barren hier. Zack. Also, weil du Marmor brauchst, ist es in einer meiner Kisten im Lager, in der ersten Abteilung. In der ersten Abteilung, warte mal, glatte Marmor-Wand brauche ich einen. Ja, okay, alles klar, nee, passt schon. Noch habe ich genug. Noch. Gut, gut, dann bauen wir die Scheiße aus und dann gibt's hier noch ein paar Dingis und dann bin ich, glaube ich, soweit. Da bist du ja wieder. Schon fertig? Nee, ich will nur kurz Zeug ablagern. Okay. Inventar ist auch schnell voll. Pass. Du, 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 du. Musst er das nicht? Funktioniert das nicht? Ach, egal. Na komm. Off. Knochenalter. Knochenalter. Knochenalter? Knochenalter? Ich habe ganz viele Knochen gefunden. Erst mal eine Kiste anlegen. Für Knochen. Nur für Knochen. Ja. Okay. Warte. Hä? Da ist mein Holz. Wo habe ich keine? Hä? 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 Komm, Friesen. Ich habe Barren. Warum kann ich keine K... 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 Geht's noch? The hell? Das weiß ich nur wirklich nicht, was du da treibst. Äh, ohne Scheiß. Jetzt kann ich Kistencraften. Yeah. Also, du brauchst jetzt kein Marmor. Nö, nö, nö. Hat sich erledigt. Okay. Miso Marmor Honey. Ich habe auch 5500. Äh, wo, wo schmutz da, Dreck-Blog? Hallo. Dreck-Dreck-Blog habe ich auch. Ja, ich auch. Ohne Ende. Oh, wow. Nein, nein. Ai, 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 ai. Hä? Hallo. Was ist ab? Nix. Gut. Bei dir so? Nix. Deine Tür ist so, mein Feuerball kommt nicht rein. Gut. Ähm, was haben wir denn hier? Das sind Blöcke. Okay, dann benennen wir die natürlich mal um in... Blocks. Sponnie-Bücher neu? Neu? Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich die schon mal abgebaut habe. Hä? Blöööö? Blööö? Blööö? Das wäre mir aber ganz komisch. Ähm... mehr. Nix. War nur um überlegen. Weil die Wasserkerzen können wir später im Ozean dann platzieren. Dann bauen wir so eine Farm für Haie. Okay. Bzw. brauchen wir nicht mal. Wir können... Wenn wir eine Hai-Statur finden, können wir die nämlich auch spawnen. Die droppen kein Geld, aber Hai-Verschlüssen. Das hatte ich in meiner ersten Welt gemacht. Toxic will, dass wir im Boss-Fight machen. Jetzt? Sofort. Anscheinend. Passt mir aber nicht. Wall of Dicks, ne? Wäre das nächste sowieso irgendwie grenzwertig. Wir haben schon zwei geklatscht. Spult einfach zurück. Also, das stimmt. Wir haben schon zwei gemacht. Deswegen bauen wir jetzt erstmal ein bisschen Scheiße. Mal ein bisschen Farm hier, ne? Die bitte. Ja, Wall of Dicks später noch. Möglicherweise. Wie lange machst du heute? Äh, bis 19 Uhr. Wie immer. Warum? Länger geht nicht. Ja. Damit wir so wissen, Mann. Ja, so ungefähr in dem Dreh. Weil, länger geht schon wieder das. Glatter Marmorblock, der kommt nach Blöcke. Aber da ohnehin. Ohne rum. Das gehört da nicht ein. Egal. Was hier heißt, der Scheiß hier. Ah. Rumbenennen. Barren. Barren. Hallo. Barren. Ihr faulen Stückes. Der ist geil. Ah. Eisen. Eisen hier. Ascheblock. Kleider Kubus. Ah, Silberbarren. So ein Vampir, oder warum geht's hier nicht so gut in der Nähe von Silberbarren? Was? Mir geht's. Zauber. In der Nähe von Silberbarren. Ja. Ich muss nur gerade mal kurz husten. In der Nähe von Silberbarren. Ja, ja, klar. Uh, Experte. Feuer, Knochenkreuzer, Feinde ab, während du angreifst. Das klingt eigentlich ein bisschen geil. Das sollten wir mal im Hinterkopf walten. Was? Das Scheiß-Skelett hat sich durch den Boden gebackt. Really? Ich schwöre. Ich schwöre. Okay, ich hab hier aber auch echt viel Sperrmüll dabei. Wow. Ja, ja. Hier unten steht ein Bett. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Was sind denn du? Im Dungeon, schon wieder. Ja, immer noch. Okay, cool. Ja, du hast gesagt, ich gehe hier fangen. Ja, bist du so hart unterwegs, einfach. Bogen-Gis-Drank, Kiki. Hm. Ich bin gerade meinen Scheiß am Sortieren. Ist ja wahnsinnig. Bienenwabe, Mode-Slots. Das ist ja noch mehr Rüstung, was geht. Meine Materialkiste ist gleich voll. Ich kann sie Sachen sonst auch einfach bei mir ins Lager packen. Könnte ich, ja. Sowas wie Erde oder Stein, dafür habe ich Kisten. Oder diese Zombie-Ketten oder Dschungel-Stochen-Racken. Oder ein Zeug. Alles. Alles haben wir da. Ich bin wie Walmart. Der sagt, das waren wir gar nicht. Wir haben es nur neu vertont. Vielleicht hat er recht. Das wäre mal eine Maßnahme. Da müssen wir nicht mal spielen, um das Spiel durchzuspielen. Nice. Wäre aber schon komisch, wenn die genau das machen, was ich so gemacht hätte. Weißt du? Genau das andere. Ja, das merke die nie. Wupp. So. Hallo, was geht hier? Um wo Typen? Wo Typen? Da Typen. Hm. Vertraute Frisur, vertraute Hose, vertrautes Hemd. Dann sehe ich ja aus wie Laguna. Das will ich jetzt aber gerade mal nicht so. So. Das, äh, ausrüstbar. Alles klar. Cool. Ich gebe mir jetzt nochmal die, die verdammte Spitzhacke farmen. Es sei denn, ich kann es einfach herstellen. Mal gucken, was ich dafür brauche. Ich glaube, ich habe auch Materialien genug dafür. Ja, ich glaube ich auch, um ehrlich zu sein. Jetzt selber Luke. Joink, joink. Und zwar Höhlensteinbauern. Bam. So, doch gleich mal heranlonsen. Ist das hier ein Sticky-Icky-Haftleuchtstab? Yeah. Ah, nee, nicht ganz. Welchen brauchst du? Puh, keine Ahnung. Ein paar. Was sind ein paar? Du kriegst eine genaue Zahl. Ich sehe die genaue Zahl. Nicht, weil ich nicht mit dem Typ geredet habe. You know? Das ist mein Begleiter, Alter. Wie hole ich den denn eigentlich wieder raus? Ich habe benutzt den Körperstab. Nicht der Begleiter, das Auge. Du brauchst 20. Für... Ich habe 16. 12 habe ich. Komm hoch, ich gebe dir ab. Geh. Trotzdem... Wo ist mein Auge, Junge? Kommt das nie wieder? Ja. Ah, da ist es. Yeah. Got it. What? Ah, da bist du. Neben sich. Danke. Dann kannst du mir erklären, wie das Auge in deinem Haus gespawnt ist. Das ist mein Auge. Nee, nee, das hier. Gute Frage. Wahrscheinlich, weil es da unten noch zu dunkel ist. Kann ja sein. Kann ja sein. Geh mal in meinem Schlafzimmer kacken. Okay. So. Kannst du wenigstens die Tür auflassen, damit es durchlüftet? Äh. Mann. Hä? Ist ja eklig. Hä? Du bist eklig. Ja. Warum hast du kein Fenster in deinem Badezimmer, hä? Weil es mitten irgendwo unterirdisch im Puff ist. Aber ja, ich muss die Lüftung einbauen. Du hast recht. Das ist dann wohl eher dein Problem. Das ist wohl wahr. So, keine Wall of Dicks, oder was? Ja, doch. Ja, ist es soweit. Keine Ahnung. Ja, can do. Wenn du möchtest. Ich weiß nicht, ob das unten lang genug ist. Hm. Wenn nicht, müssen wir da nochmal expandieren. Dann prodden wir doch erstmal hin. Warte, ich nehm ne Puppe und ein paar Tränke mit. Ja, nimm mal ne Roffelpuppe mit. Ich, äh, geh schon mal da runter. Und nach Wall of Dicks sind wir sowieso im Hard Mode, ne? Ja, das wird dann nochmal lustig. Meinst du? Hm. Okay, das ist ja jetzt kein Media gefährlich, oder so. Das ist der Spawnpoint da vorne. Hä? Ja, ne, wie lang geht die Scheiße? Lol. Ja. Äh. Ein bisschen langsamer. Es geht bis hier. Und die andere Richtung? Oh, ich freue mich. Krieg jetzt schon wieder aufs Maul. Hm, sehe schon. You're alive. Jo, halbwegs. Ich glaub, die Wall of Dicks schaffen wir nicht. Was passiert denn, wenn wir sie nicht schaffen? Nix. Ne, ne? Bis vierts. Cool. Bis hier geht die. Ja, das reicht im Leben nicht. Aber ist das durchlässig? Wenn wir hier einmal nach unten drücken, sind wir tot. Kann das sein? Du bist tot. Ja, super. Ich hab'n Obsidianhautrank oben, den kann ich dir geben, wenn wir die dann machen. Naja, aber ich weiß nicht, ob das hier genügt, um ehrlich zu sein. Wir können's probieren. Ich hab' nur eine Puppe, da müssten wir sonst noch eine fahren. Ja. Oder das Ganze hier erweitern. Aus was hast du das gebaut? Was ist das? Äh, Stein... Steinziegelplattform. Steinziegelplattform. Okay. Aua. Aua. Ne, ich hab' zwei Puppen, wir können's versuchen. Ich glaub' trotzdem nicht, dass das reicht. Wo du? Ja, oben. Aua. 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 Ich spawn' sie dann jetzt. Ja, warte. Ich weiß halt nicht, wie schnell die in diesem Modus ist, ne? Ich nehme an, so schnell wie die normal auch so ist. Hm. Was macht sie jetzt am meisten Schaden? 41, 38, 36 an incluso, zusammen. Was war? Ja, ja. Da können die aufhören. Das nervt ein bisschen. tits hey it's you one of dicks das reicht im leben ist fressmaul jake der fremdenführer ist angekommen das ist sowas von viel zu kurz alles machbar wenn ich weiter so dauerfrei macht habe ich die wall of dicks müssen deutlich weiter bauen sie die spawnd ok ich komme da mal von hinten ich glaube dann kill der mich instant scheiße geht es nicht weiter da müssen wir noch ein bisschen expansions bauen machen ich sie ich musste mich gerade provisorisch durch die tür bauen bitte nicht mich an kotzen wand danke der muss man aber ich bin gleich am ende der welt angekommen wenn das so weiter geht ok na gut bedenke du bist jetzt allein vielleicht soll wir die anderen bosse noch mal machen wenn ich erst die mechanischen bosse machen ne kann man nicht erst hart mode welchen post willst du denn jetzt noch machen ja ne ist nix mehr da aber wir könnten es abfarben wofür charlöschen und neun machen ok und was für rothelpuppen hier bam eat it warum hast du die rothelpuppen hier stehen das macht voll bock da hier deine deine trainingspuppen die rothelpuppen wenn ich weiß wie viel schaden ich mache ok ich hab die gerade mal komplett verprügelt die bitches heute versuchte zu fliehen vor dem wall of dicks wenn man sich weg teleportiert dann tötet sie ein instant naja das ist ja ja also sie ist machbar aber wir müssen das deutlich ausbauen ja das sehe ich auch so werden heute sie schon nicht fertig ich muss erst mal genug zeug dafür fahren bzw was hast du da ganz normale stein klappchen nein diese stein ziegel klappen weil ich gebe dir eine stein block aus stein block diese stein ziegeldinger die du früher benutzt hast für dein haus die kann ich doch bauen ja ziegel möglich es geht jetzt zwar noch sehr langsam so und jetzt stein klappen ja und dann bauen wir dann mal weiter aus ich kaufe mir mal dynamit deine moine da müssen wir noch weiter hinten anfangen ich baue dann in die andere richtung weiter so gefühlt ja ich habe einen bogen gefunden ich habe einen bogen ja ne obwohl was was kann er denn was für einer das ist dieser der pfeile in äh fledermäuse umwandelt was du bist gerade an mir vorbeigesucht naja ich weiß die ich baue jetzt sondern weiter jetzt lege noch einfach irgendwo dahin danke höllenflügelbogen dann sagt das doch ja ich habe das spiel auf englisch wie heißt ein flügelbogen hellbett irgendwas hellbett los move piece of ass hallo nicht so gemein hier ich meine auch tits hallo trotzdem nicht so gemein hier tits bitte die jetzt au 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 ok cool habt ihr eine puppe dabei was glück hat es wird zeit dass eine waffe herkommt die automatisch zuschlägt ich will die terra blade äh dafür gibt es einen handschuh und den habe ich sogar das ist ja cool den könnte ich dir geben wenn du das möchtest ja gif ach alter ich hatte irgendwie meine hp nicht im auge ok cool ich komme dann mal zu dir äh dahl 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 enable auto swing for melee weapons it's great deswegen schon mal äh anfangen Danke. Wilde Klauen. Wo musst du die denn anziehen jetzt? In dein Dings Inventar. In dein Anzugs Inventar. Hm. Ach, das ist ja mal richtig awesome. Muss ich mir nicht so den Finger wund klicken. Yeah. Ja, und du machst mehr Schaden, oder nicht? Ja, klar. Weil du direkt mehr attackiert hast. Nee, weil es mehr Schaden macht. Yeah. In dem Dingens, oder nicht? Ja, weil Wild. Nee, nee, ist schon richtig. Ja. Hang. Yeah, macht deutlich mehr Schaden. Who wants some? 2 Uhr Nachmittag. 3 Uhr Nachmittag. Hang, dead. Nächste. Hang, oh. Na ja gut, dead. Hey, Fledormaus. Die. Fledormaus, die. Wolltest du nicht in die andere Richtung ausbauen, oder so? Boah, dein Grab schon ab. Okay. Ich sehe mich schon wieder chargen, ich muss gerade mal das Schild ablegen. Sonst falle ich in die Lava. Wo ist er? Was ist er? Ich gehe mal in die andere Richtung. Mare. Scheiß, Fledormaus. Da könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen. Das nervt hier immer so richtig. Das ist sogar noch schlimmer als beim Dschungel. Ich meine, da sind die Viecher auch gespawnt, wie was weiß ich, aber da haben die wenigstens weniger Schaden gemacht und du hast nicht über Lava gekämpft. Ja, das stimmt. Nix. Oh. Was ist jetzt mein Koblold wieder hin? Das ist eine gute Frage. Ich habe hier noch einen, aber das ist mein Ohr. Koblold. Ich glaube jetzt nicht, dass er über die halbe Map bei dir bleibt. Meinst du? Vielleicht ist er lieber bei mir. Wer weiß. Nö. Nö. Okay. Naja, komm mal her. Lol, das geht sogar für die Pickaxe. Okay. Höllenpfeil. Mh, Stuhl. Jedenwer hat hierhin gestuhlt. Das war schon verstanden. Meinst du? Ich glaube, das war richtig so, oder nicht? Oh, scheiße. Wurm. 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 Spaden. Komm schon. Daneben nicht. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. 15. Mindestens. Bisch. Fucking sucks. Okay. So, weiter geht's. Nichts, uh. Maul. Das finde ich jetzt sehr unfair von dir, Dämon. Kannst du bitte aufhören? Nongo. Nein. No can do. Nein, Arschloch. So. Ist hier mal Ruhe, oder was? Jetzt ist da auch noch Lava unten drin. Ich kotze ja voll ab. So sieht's aus. Asshole. Was? Void wurde aus dem Stream entfernt. Von Voids Haftdynamit. Sie ist selbst weggespranked, eh? Ein Arschloch ist mir ins Gesicht geflogen. Okay. Okay. Ja, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Fuck. Okay, cool. So. Fuck. Uh, uh. Uh, uh. Uh. Uh, uh. Fuck. Lol. Okay. Dorn und Schrank, alter, it's you, du hast Glück. Mein Mana regeneriert so langsam. Ja, geht mir nicht anders. Du benutzt gar kein Mana. Ja, mit der HP, alter. Au, lava in mein Gesicht, la la lava in mein Gesicht, okay, it's gone, ach man ey, die machen mir 60 Schaden und ich kann nur 100 heilen alle paar Sekunden, das ist so dumm. Alle paar Sekunden, alle 30 oder so, ne? Jede Minute. Oder jede Minute, ist ja noch schlimmer. Es gibt ein Item dagegen, aber das habe ich noch nicht gefunden. Dagegen? Und selbst wenn, habe ich keinen Ausrüstungsslot dafür frei. Nein. Denite. Bish. Hallo. Rennen. Warte. 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 Ich mag es. flipping-finales ... Und jetzt, Leute. Hintergrund magic-in-leuteers. recosin-leuteers unter die Hand. Warte. Warte. Es war walk-in, mein wird wegge recomendiert. Wolf zu bischen wie in Haulas und utse. bist du denn ich wieder verpisst können die mich jetzt mal in ruhe lassen sonst bin ich tot gleich da ist das euer ernst so ernte ja ausgerissen vergiss nicht die grafsteine wieder weg zu machen ich musste erst mal wieder hin das ist ganz schön ein stück er hat jetzt ja da macht beim sport mehr schaden als danke für den like das wäre wo spawnt alle naja wenn ich sie habe sofern ich sie habe oder sie nicht zu teuer sind das ist ja die sache damit ich dann mich auch quälen muss toxic und wenn ich wenn ich mich so umschaue dann willst du mich wahrscheinlich extrem quälen das sind ja schon richtig alte sporn ja nur noch die fiecher dämonen ups dämonen boobs lohn lox lief aber ja sehe ich auch so die nerven ja was so was von hat da ist nur noch dämonen kotze und dann machen wir schön die oberflächen spannung trennen damit ich nicht über lava laufen kann danke ich kann hier nicht mehr arbeiten es ist vorbei warum kriege ich denn so hart besorgt sagt mal mal master mode weil du keine eiltrinke doch habe ich benutze dir auch landschaftssimulator 212 ja gut wie gesagt es ist natürlich eine preisfrage bevor du das jetzt da raushaust du kannst ja 60 euro dann kauft er sich das wenn es so viel kostet ist es natürlich zu viel landwirtschaftssimulator glaube ich ja klar ja also ja ja nee don't do don't do du 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 nein 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 ich ich das kann man mal machen wenn ich mal normale streams mache da muss nämlich wirklich erst mal gucken knorrenschwert das kann nicht er kann so nicht was für ein scheiß teil also wenn du hier in ruhe arbeiten willst dann kommst jetzt runter dann beschütze ich dich meins ich kann dann in ruhe arbeiten ja auf jeden fall besser als wenn du allein unterwegs bist das stimmt nee 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 aber klar natürlich gibt es echte lowlights aber so below muss es nicht sein aber wenn du mich wirklich ärgern willst du regen scheiß raus obwohl es das dann natürlich auch wieder nicht wert ist für was 15.000 maschern guck mal überhaupt lebend bei dir ankommen wieso wird das aber auf dem fuß angezeigt waren das nicht mal meter kannst du umstellen weil ich nicht stimmt und der interface egal 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 okay gehen wir weiter post weiter ist das spielen oder ja wenn es spämmüll ist nämlich es auf jeden ist ein grafstein ich habe gebaut ja du bist ja dafür da wie du schon sagt ist hallo fahr zur hölle das ist nun wirklich kein spiel mit dem du mich ärgern kannst du hast den sinn dieser sache nicht verstanden aber ich nehme deine maschen ums natürlich gerne was was auf nichts was auf nix was 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 come on go 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 meiner party ich erfolgt eine kiste oder ist das dein erlaub ist ihr ausnahmsweise nice wow das war gar nicht gefährlich oder so er hat eine rothelpuppe dabei in einer dämonen sense jetzt nicht mehr willst du die haben diesen bisschen geil ein bisschen schwach die macht nur halb so viel schaden wie meine aktuelle war verbraucht aber wahrscheinlich auch nur halb so viel man ja gut die ist eh nicht optimal diesen bisschen kaputt ja aber so kommt gerade rüber weil das steht sowieso schon auf der liste es geht vom tag auf junge mal einen kalender gucken würdest hättest du dir das jetzt echt sparen können bitte er soll 30 euro nennen da kannst du es uns beiden kaufen und ein bier und ein bier ich hab's schon dann kannst du es mir kaufen und ein bier ja ja hast gehört ja eine person fehlt tatsächlich noch dann werden wir zu viert weißt du oliver was aber jetzt nein wenn du jeder ein spiel rein haus dann passiert das auch nicht jetzt ist ja mal klar wollte soll mitmachen der hat's nicht mal das ist ja die sache deswegen sollte sich dafür ist ist diese button nicht da auch wenn es nur 20 kostet ja genau ich frage mich halt echt ob hier eine ebene reicht guck mal wie wenig wir jetzt vorangekommen sind ey wow das wird ja mal richtig awesome eine ebene wird vielleicht reichen aber es ist halt besser zum ausweichen mit zwei guck mal noch eine sense und dafür habe ich stunden lang gefahren sind wir zwei so muss das ob sie hallo mehr bauen hier danke für deinen like wie schön wurmi jetzt weiß ich ja warum ich wieder gerne hier die ganze zeit blatt gemacht werde wer braucht was olli hä und danke für sharon das habe ich mir nämlich gerade schon wieder gedacht ich kann nicht mitmachen wenn ich das geld nicht habe um zu kaufen ach so das meint er damit ja okay hi bye bye fagio ich habe auch bald keine keine mats mehr da kiste so süß die voll sparten kiste ich bin ein bomba man sowas von bomba bomba man ist unertrieben alles weg in mein gesicht explodiert was war das 0 0 trotzdem hat's beim gemacht ok weiter geht's nicht bei mir ha 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 bang 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 gib ihm jetzt hängen dafür niaggon runde überhaupt der olli ist jetzt eine kiste geworden bist du da drin nein what is this mein zurückkommen portal das ist nicht mehr doch das ist das portal ok what happened user back erweiterte version von record ich weiß nicht wie kann man bis jetzt glaube ich nur finden ich weiß nicht ob man die herstellen kann auf jeden fall lustiger gucken was deine kiste dazu sagt ohne gefalle wochen alles einmal danke tschüss und gebe ihm auf auf ja wofür fahr mich überhaupt jetzt haben wir schon fünf gefunden was ja minimum wenn der eins besser ist als das was du mir gegeben hast ne i'll take it du kannst es auch selber um kraften wenn es dir nicht gefällt naja aber so muss ich es nicht du verstehst terraria das ist ja nichts als wir sind in der bezeichnung steht oder so oder nö terraria da kommt ein wurm und der kriegt es nicht besorgt weil er nicht so weit hoch kommt ok tschüss kriegt er nicht mehr hoch den wurm der haustür hat einen besucher oh gott da ist einer mit einer roffel puppe ja ok habste fremdenführer roffel puppe tschüss hotel na dann inhalieren wir doch hier alles mal weg hallo weg inhalieren habe ich gesagt mhm mhm arschgeleckt bist komm dir hier nicht durch opfer aha au oh ah come on uff tits wurde geköpft du bist irgendwie tot glaube ich meinst du ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube schon aber ganz sicher bin ich mir nicht you dead ja ja ist klar toxic schuss äh du bist nur reingeprisst weil wir keinen boss machen wollen ja ja können können besser gesagt ich wollte es nicht sagen tabu was kann das andere buch was du mir gegeben hast sehr schnell verwendet 14 mana ah wirft eine dämonen sensei aus checken wir das doch mal ja das nämlich der crap ein new it die dinger sind ziel gesuchen wie cool ist das denn sind sie das ja die 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 flammen rot und sowas ich dachte nur die köpfe aber die sind auch anscheinend zu suchen ja das ist echt so mir ich habe früher war das nämlich nicht so weiter und wie mehr oder der 1 und 4 da waren die nicht zu suchen da kannst du nur mit deinem aussteuern das ist möglich das ist möglich wenn ich die losraste fliegen gehen auf die richtung gegner mhm mhm schattentrube ok platziere ja und fremdenführer roffelpuppe das sieht es dir mal fraglich Donnerstag hier weitermachen oder nicht was sagst du? ich habe keine Ahnung ich habe nicht aber ich muss jetzt aufhören mhm mhm ja im Zweifelsfall vielleicht auch morgen mal gucken wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder bis dann jesu